Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute mit den Neuzugängen aus dem Februar. Wir haben tatsächlich auch schon den Februar geschafft. Der Frühling naht und ja, trotz Schnee und gefühlt Wintereinbruch ist es heute ein bisschen sonnig, was richtig, richtig gut tut und ich wollte jetzt einfach auch die Neuzugänge abdrehen. Es sind insgesamt 17 Bücher bei mir eingezogen und ich habe mich jetzt Ende Februar echt angestrengt, dass ich noch auf 17 gelesene Bücher komme. Vielleicht wird es noch ein 18. je nachdem, was ich jetzt vielleicht noch die zwei Tage schaffe, aber ich denke mal, ja, ich habe zumindest nicht mehr gekauft als gelesen. Mein Vorsatz war es ja eigentlich, ja mehr zu lesen, aber ich bin sehr froh über dieses Gleichgewicht, zumindest im Februar, dass auf dem Sub nicht mehr gelandet ist als vorher. Also er ist nicht gestiegen. Im Gegenteil, ich habe im Februar drei, vier Sachbücher auch von hier hinten irgendwo aussortiert, die ungelesen waren und ja, auch so glaube ich noch zwei andere Bücher, die ich angelesen habe und abgebrochen habe oder so. Ja, also relativ schnell gemerkt habe, das interessiert mich einfach nicht mehr. Das heißt, der Sub ist ein bisschen gesunken und ich bin wirklich froh, dass ich Ende Februar noch ein bisschen Gas gegeben habe und wirklich vier sehr kurze Bücher gelesen habe. Es sind zehn echte Bücher bei mir eingezogen, was ein bisschen an der Rebuy-Bestellung lag, weil ich da einen Geburtstagsgutschein hatte und auch gleich bei zwei, drei Büchern aus Tauschticket, drei E-Books und vier Hörbücher. Ja, hier habe ich meinen Vorsatz nicht ganz eingehalten, wo ich ja immer gerne sage, 50-50 haptisch und digital, aber zehn zu sieben, ja, ist okay, ist nicht weiter schlimm. Und ich glaube, dass es jetzt im weiteren Fortverlauf des Jahres auf jeden Fall besser wird, wenn eben einfach keine Geschenke in irgendeiner Art und Weise so für Geburtstag, Weihnachten und so weiter eintrudeln. Und ja, wobei so ein, zwei Geschenke sind wohl noch so in Arbeit. Da könnte durchaus irgendwie noch so ein Büchlein unterwegs sein. Aber ja, ich habe euch die ersten neun Bücher schon mal abgefilmt innerhalb des Februars, weil ich auch einfach irgendwann die Bücher verräumen wollte und dachte, oh Gott, es mehrt sich hier so. Und es war eben die Rebuy-Bestellung, die wirklich hier so ein Turm an Büchern gemacht hat. Und da habe ich euch das schon mal abgedreht und das zeige ich euch jetzt. Und danach kommen wir dann zu den weiteren acht Büchern. Aktuell sind schon neun Bücher bei mir eingezogen. Ich weiß natürlich nicht, was euch die Zukunft Steffi erzählt hat, wie viele es insgesamt sind. Da aber meine Rebuy-Bestellung gekommen ist und ich auch noch ein Geburtstagsgeschenk und ein Tauschticketbuch hier habe und von den neun Büchern tatsächlich jetzt sieben haptische Bücher hier vor mir liegen, dachte ich, ich drehe das jetzt schon mal ab, weil ich sie gerne verräumen möchte und sie nicht so überall hier rumliegen soll. Ja, also fangen wir an mit den neun ersten Büchern, so im ersten halben Monat. Ja, ich glaube, heute ist irgendwie 15. oder 16. da. Genau, kommt, glaube ich, irgendwie hin. Der Monat begann mit einem Neuzugang von Thomas Becker. Bücher lesen lernen. Thomas Becker ist der Buchhändler in meiner Thalia-Filiale. Ich verlinke seinen Instagram-Account auch mal unten in der Infobox. Und er hat ein Buch geschrieben im Rahmen einer Aktion. Es war irgendwie so eine Art Projekt. Ich glaube, es hatte auch irgendwas mit 23 Kapiteln und Themen zu tun. Und ja, Thomas hat mir das Buch auch als E-Book zur Verfügung gestellt und ich habe es wirklich relativ schnell verschlungen. Es hat, ich glaube, auch nur knapp 70, 75 Seiten. Also ist tatsächlich auch was, um es mal so zwischendurch zu lesen, zumindest für mich. Wir haben hier einen Ratgeber, der sich vor allem an Leute richtet, die eben gerne mehr lesen möchten, aber nicht so richtig wissen, wie sie das tun sollen. Also ähnlich Videos, schneller, mehr, schöneres Lesen, wie auch immer, hat er das hier in Worte gefasst und hat eben verschiedenste Arten von Tipps gegeben. Das Buch richtet sich also eher an wenig Leser oder eben an Menschen, die ganz gezielt sagen, ich möchte mehr lesen, wie schaffe ich das? Und das ist ja auch eine Frage, die mir sehr häufig gestellt wird, wo man natürlich auch verschiedenste Tipps irgendwie schon mal gegeben hat. Und Thomas hat das eben zusammengefasst in seinem Buch, gibt eben auch Tipps, wie zum Beispiel das Hörbuch hören, ins Leben integrieren oder auch mal ein Buch abbrechen. Aber natürlich möchte ich die Tipps jetzt gar nicht vorwegnehmen. Ich habe das Buch auch schon gelesen. Ihr werdet es auch im Büchermonat Februar dann schon sehen. Ich glaube tatsächlich als Geschenkbuch für jemanden, wo man weiß, der möchte mehr lesen, ist das wirklich eine schöne Idee. Und das hat er wirklich auch sehr gut in Worte gefasst und in Aufteilung gebracht und Beispiele mitgenommen. Also ja, das ist auf jeden Fall schon mal was dazu. Dann ist der dritte Teil von Magic Smoke, beziehungsweise der Firebrand-Reihe eingezogen von Helen Harper. Das ist Magic Smoke. Ist gesprochen von Mary Lou Pullman. Und ich habe mich so gefreut auf den dritten Teil. Ich habe diese Reihe bisher wirklich sehr, sehr geliebt. Ich fand den ersten Teil wirklich ein Highlight für mich. Band 2 war auch richtig gut, hat aber so die ein oder andere Schwäche. Und ich muss natürlich dann auch einfach weiterhören, wie es in dieser Urban Fantasy Welt weitergeht, wo es eben Vampire gibt, Wehrwölfe gibt, die Geschöpfe der Nacht gibt. Wir hier eine Polizistin verfolgen, die ja so ein bisschen im cozy Krimi-Style eben auch einfach Fälle löst. Und ja, da ist der dritte Teil von mir als Hörbuch eingezogen. Und jetzt kommen wir zu den besagten vielen haptischen Büchern. Ich habe eine Rebuy-Bestellung getätigt. Ich hatte einen Gutschein zum Geburtstag bekommen und ja, habe mich da ausgetobt und habe dann zwei und drei von der Tintenherz-Reihe sozusagen direkt bestellt. Tinten Blut und Tinten Tod. Habe ich mir beide gebraucht mitgenommen. Der erste Teil war im Januar ja für mich ein Highlight. Und ich habe es beim zweiten Teil tatsächlich mit dem Hörbuch probiert. Allerdings ist das so merkwürdige Musik enthalten, die auch noch so laut ist. Und das hat mich so genervt, dass ich dachte, nein, die Bücher liest du. Es sind natürlich schon ganz schöne Klopper und Schichten. Aber das hält mich ja nicht vom Lesen ab. Und dementsprechend geht es mit der Geschichte weiter. Ich bin super neugierig, ob wir die Charaktere rund um Maggie und Moe nochmal wieder treffen. Ich gehe mal davon aus, weil ich glaube auch im zweiten Teil ist auch von Maggie die Rede. Ich möchte aber gar nicht so viel vom Klappentext lesen. Weil wir haben ja hier eine Welt, wo mit dem Vorlesen eben Dinge aus Büchern herauskommen können. Das war ja auch so ein bisschen das Thema im ersten Band, dass wir eben von Moes Gabe erfahren haben. Und Maggie, seine Tochter, das auch erst mitbekommen hat. Und ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Und freue mich da definitiv aufs Weiterlesen. Dann waren einige meiner Wunschlistenbücher. Ich glaube tatsächlich, ja, drei waren Wunschlistenbücher. Und die Telefonzelle am Ende der Welt durfte nun auch mit von Laura Imai Messina. Ich versuche ja bei so Gutscheinen, egal ob es Thalia oder was auch immer oder eben auch Rebuy oder sonstiges ist, immer so ein bisschen zu schauen, was könnte ein Highlight sein, damit man dieses Highlight eben dann auch mit dem Geschenk und dem Anlass so ein bisschen in Verbindung bringt. Ob ich jetzt tatsächlich von der Tintenherzreihe Band 2 und 3 aufheben werde, selbst wenn das Highlights sind, wovon ich jetzt einmal ausgehe, weil mir der erste so gefallen hat, seid es mal dahingestellt. Aber da wollte ich eben einfach das Buch weiterlesen und habe sie mir deswegen auch bestellt. Bei die Telefonzelle am Ende der Welt, ich glaube, das Buch ist letztes Jahr oder schon vor zwei Jahren rausgekommen. Und es gab einige so mittelmäßige Stimmen. Und das hat mich, steht hier gar kein Ja, und das hat mich so ein bisschen ruhen lassen. Und das Buch ist aber nie so ganz von der Wunschliste verschwunden. Das ist von Laura Imai Messina, genau richtig. Und es geht um die Wunden eines Lebens, die zu heilen es einen ganz besonderen Ort braucht. Es gibt hier nämlich in Japan am Hang des Kuirayama, steht inmitten eines großen Gartens das Telefon des Windes. Jahr für Jahr kommen tausende Menschen hierher, um mit ihren Liebsten im Jenseits zu sprechen. Als sich ein gewaltiger Wirbelsturm ankündigt, reist aus Tokio eine junge Frau an, entschlossen, den Garten um jeden Preis zu retten. Und ich glaube, meine Erwartungen waren, als es herauskam, doch ein bisschen eine andere, als die, die ich dann in verschiedenen Stimmen gehört habe. Und jetzt waren die letzten zwei Jahre in Bezug auf Trauer auch nicht so ganz einfach für mich. Und es geht hier eben auch um eine Tochter, die ihre Mutter im Tsunami 2011 verloren hat. Und ja, ich bin da sehr gespannt, ob ich das schon emotional schaffe, ob das vielleicht auch eher so ein Buch ist, was ich im Sommer lese, wo es mir tendenziell so ein bisschen leichter fällt, schwere Themen zu lesen. Aber ja, mir ist es nicht aus dem Kopf gegangen. Deswegen durfte es diesmal mit. Ein Buch, was gar nicht so in aller Munde war, obwohl ich eigentlich, als es eine Neuerscheinung war, damit dachte, dass, ja, das Kaufhaus der Träume, ja, sehr viele Rezense, also viele Lesenden, die darüber berichten, erhalten wird. Es ist von Les Milliers. Und es heißt so schön, reservieren Sie Ihren Traum. Er wird zur bestellten Zeit geliefert. Und das Buch war jetzt auch günstig gebraucht zu erhalten. Ist auch in einem sehr guten Zustand. Also ich kann bei allen Büchern nicht meckern über den Zustand. Ist natürlich auch der Vorteil bei zweiten und dritten Teilen zum Beispiel, dass man natürlich sagen muss, die werden wahrscheinlich auch nicht so oft durch die verschiedensten Hände gehen. Ich glaube, so Einzelbände oder Erste Bände, das ist schon mal was, was öfter weggeht. Aber welcher Prozentsatz liest nach einem ersten Band vielleicht auch den zweiten? Aber gut. Ja, es ist der sensationelle Debütroman von Lee Millier, Bezaubernde Geschichten aus einer fantastischen Traumwelt. Dieses Buch hat eine Fantasy-Welt geschenkt, die ich als nächstes nach Hogwarts besuchen möchte. Das Buch hat mich Zeit neu bewerten lassen, die mir jetzt bedeutungslos oder, wenn ich zu viel geschlafen habe, als vergeudet vorkam, hat eine Bloggerin geschrieben. Und ja, wir treffen hier auch Penny, die in einem ganz besonderen Dorf lebt. Betreten kann man dieses nur, wenn man eingeschlafen ist. Und dann gibt es ganz, ganz viel zu erleben. Es gibt dann Foodtrucks, wo man schlaffördernde Naschereien kaufen kann. Und es gibt auch eine dunkle Gasse, da wo es eben Albträume gibt, die produziert werden. Dort hat Maxim seine Werkstatt. Und ja, Penny hat einen großen Wunsch, denn sie möchte einen Job in dem ehrwürdigen Kaufhaus ergattern. Und der geht in Erfüllung. Und dann arbeitet sie hochmotiviert am Empfang. Und in dem Kaufhaus werden eben Träume zur Verfügung gestellt, hergestellt. Ja, ich bin super neugierig. Heißt auch über eine Million verkaufte Exemplare in Korea. Ich bin sehr gespannt. Ich lese mal was aus Korea und bin sehr neugierig, was mich da erwartet. Ein Buch, was ich, glaube ich, letztes Jahr bei Anka gesehen habe, wenn ich mich nicht ganz täusche, das ist Der Junge, der die Welt verschwinden ließ von Ben Miller. Und das klang von Anka damals so gut beschrieben, dass ich dachte, es landet auf der Wunschliste und war jetzt eben auch zur Verfügung. Und habe ich mir dann auch mitbestellt. Es ist ein fantasievolles Kinderbuch über Wut, Mut und schwarze Löcher. Und ich bin hier so ein bisschen auf den Geschmack von Kinderbüchern gekommen. Jugendbücher mochte ich schon immer gerne. Und ja, wir treffen hier auf Harrison, der alles richtig machen möchte. Er klaut nie. Er gibt seiner kleinen Schwester immer etwas ab. Und er schummelt nicht bei Brettspielen. Aber Harrison hat auch eine große Schwäche. Seine berüchtigten Wutanfälle. Bei einem Kindergeburtstag bekommt er ein ganz besonderes Geschenk. Ein schwarzes Loch. Dort kann Harrison alles hineinwerfen, das ihn wütend macht. Brokkoli, Zwiebeln, Hausaufgaben. Aber dann frisst das schwarze Loch plötzlich auch Dinge, die er liebt. Und ich glaube, man kann sich so grob schon vorstellen, in welche Richtung dieses Buch geht. Also gerade als Kind und Wut und was man da alles mal verflucht und vielleicht in dieses schwarze Loch wirft. Ja, ich bin sehr gespannt. Also ein Kinderbuch. Ich erwarte jetzt nicht, dass es zu dramatisch wird. Ich hoffe, dass es dann ist. Es ist auch relativ groß geschrieben. Aber es klang, ich glaube, es war Anka. Liebe Anka, sag mir mal, ob du es warst. Und ich habe es mir leider nicht aufgeschrieben, als ich es auf die Wunschliste packte. Und ja, aber das klang so gut, dass ich dachte, das möchte ich auch lesen. Dann sind wir mit der Rebuy-Bestellung soweit durch. Und ich habe ein Geburtstagsgeschenk. Hat mich ein bisschen verspätet erreicht von einer lieben Freundin. Einfach, weil wir uns ein bisschen später gesehen haben. Und sie hat in meinen Highlights-Videos letztes Jahr entdeckt, dass ich die Bücher mit dem Jungen, dem Esel, dem Fuchs und dem Maulwurf und der Panda, der große Panda mit dem kleinen Drachen, dass ich das so schön fand. Und sie hat das in der Buchhandlung entdeckt. Wenn du einen Traum hast von Bas Kast und Sophia Usach. Also es ist illustriert von Sophia Usach. Und hat gesagt, das hat sie so ein bisschen an den Stil erinnert. Und tatsächlich, also schon allein von außen die Aufmachung, sieht das gefühlt wirklich genauso aus. Und wir haben hier eben Illustrationen und eine kleine Geschichte, die wirklich wenig Worte beinhaltet. Und es heißt so schön, als Kinder sind wir erfüllt von großen Träumen. Das ganze Leben liegt noch vor uns und es soll aufregend und voller Abenteuer sein. Aber was passiert eigentlich mit unseren Träumen, wenn wir erwachsen werden? Wohin gehen sie? Dieses Buch ermutigt dazu, den eigenen Lebenstraum nicht aufzugeben. Es handelt von der Kraft der Freundschaft und davon, den Glauben an seine Träume nicht zu verlieren. Selbst dann nicht, wenn uns das Leben Hindernisse in den Weg legt. Und ich fand das ein super schönes Geschenk. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass mir dieses Buch ähnlich gut gefällt. Ich mag die Illustrationen auf jeden Fall sehr gerne. Ich mag das hier auch so, ja, dass wir hier im Grunde so eine Sternenkarte haben. Und ich finde die Illustrationen wirklich richtig, richtig schön. Also das Mädel ist wirklich wunderbar gezeichnet. Und ich freue mich da sehr, in diesem Buch ganz, ganz bald dann zu blättern. Und das letzte Buch ist ein Buch von einem Autor, von dem ich schon etwas gelesen habe. Und zwar war das das Buch der Wahl und das Ende der Welt. Und das ist sein neues Buch, das Jahr des Dugong von John Iron Wonger. Ich vermute, man spricht ihn so aus. Und mir hat ja das Buch rund um den Wahl sehr gut gefallen. Es war ja wirklich sehr gehypt, hatte so eine düstere Zukunftsvoraussicht, weil es noch vor Corona herauskam, aber ganz gut beschreibt, was eben passiert, wenn irgendwie ein Virus ausbricht, wie die Menschen reagieren und so weiter. Und mir war das eine Zeit lang, ich hatte es dann schon ein Stückchen auf dem Sub, eine Zeit lang zu nah an der Realität. Habe es dann aber, ich glaube, im letzten Jahr gelesen. Ich bin mir schon gar nicht mehr sicher, oder im vorletzten Jahr. Kann ich gerade nicht mehr sagen. Und dann habe ich gesehen, dass das Jahr des Dugong herauskommt. Ich fand dieses dünne Büchlein, ich glaube, für knapp 14 Euro. Ich habe schon gedacht, boah, preislich muss das wirklich ein Hardcover sein. Aber gut, jetzt war es relativ günstig, mit zwei Tickets bei Tauschticket zu erhalten. Und da habe ich dann auch einfach zugegriffen. Und es ist auch wirklich in einem sehr guten Zustand. Also da habe ich bei Tauschticket bisher, ich glaube, auch nur eine schlechte Erfahrung gemacht. Und da könnte man noch sagen, es lag vielleicht sogar an der Post. Dafür kann der Versender nichts. Ganz klar. Es soll eine erstaunliche Vorwegnahme sagen, denn was sagt uns John Ironmanger hier noch voraus? Es ist schon ein bisschen gruselig, wenn ein Autor so den Pfeil, den Nagel auf den Pfeil, nee, den Nagel auf den Kopf, den Hammer auf den Nagel. Nein, ihr wisst, was ich meine. Weil es jetzt auf uns ankommt, auf uns alle zusammen. Eine Welt, die nicht wiederzuerkennen ist, ein Mensch, der sich verteidigen muss. Und ein Dugong, diese freundliche Seekuh, die wie so viele andere bedrohte Tiere auf Rettung hofft. Übrigens wirklich sehr, sehr schöne Tiere. Spannend, abenteuerlich und berührend erzählt uns John Ironmanger in seiner neuen Geschichte von der Schönheit unserer Erde und stellt uns die Frage, wer die Verantwortung für sie trägt. Eine ergreifende Erzählung über Tiere und Klima vom Autor des Platz 1 Bestsellers. Also wir haben hier wieder Umweltschutz, Tierschutz, großgeschrieben Themen, die auch für mich sehr, sehr wichtig sind und die ich sehr ernst nehme und ich mir da tatsächlich mehr Radikalität auf dieser Welt wünschen würde. Und damit, ja, meine ich jetzt gewisse Dinge nicht, aber ich würde mir mehr Gesetze zum Tier- und Umweltschutz wünschen, als es irgendwie möglich ist. Aber solange natürlich Konzerne daran verdienen, dass sie die Welt kaputt machen. Ich meine, warum sollen sie damit aufhören? Und ja, ich freue mich, ich wollte das gar nicht so privat halten. Ich freue mich hier so auf diese Geschichte, denn er widmet sie auch tausenden Delegierten der UN-Klimakonferenz und all jenen, die sich eben dafür einsetzen, den Planeten vor einer Katastrophe zu bewahren. Ob das so klappt, würde ich jetzt mal, ja. Ja, es ist ein mitreißendes Leseerlebnis mit starker Botschaft und wir treffen auf Tobi Markham, der in einem unbekannten Raum erwacht. Eben noch stand er voll im Leben, erfolgreich und angesehen. Nun kann er sich kaum bewegen. Um ihn herum Menschen mit seltsamen Namen, die ihm nicht wohlgesinnt scheinen. Sie klagen ihn an. Tobi soll schuld sein an einer unvorstellbaren Katastrophe. Wo ist er bloß gelandet? Was kann er zu seiner Verteidigung vorbringen? Und was hat das Dugong damit zu tun? Ich bin mega gespannt und freue mich auf dieses dünne Büchlein. Vielleicht ja sogar noch im Februar. Ja, und das waren sie jetzt erstmal so, die ersten Bücher des Monats. Und jetzt gebe ich an die Zukunftssteffi weiter, die euch die weiteren neuen Bücher zeigen wird. Es ist dann ein Rezensionsexemplar bei mir eingezogen als Hörbuch. Und zwar Mein Leben in deinem von Jojo Moyes. Hier spricht Luise Helm, weswegen ich sehr froh war, dass mich dieses Hörbuch erreicht hat. Denn ich mag Luise Helm als Sprecherin super gerne und war super gespannt auf das neue Buch von Jojo Moyes. Ich habe einige Bücher von ihr gelesen, habe sie aber so in den letzten drei, vier Jahren irgendwie ein bisschen aus den Augen verloren. Beziehungsweise haben mich die Bücher nicht so angesprochen. Man kennt sie ja vor allem wegen ihrem Debütroman ein ganzes halbes Jahr, was ich auch schon drei oder viermal gelesen habe. Auch den Film gesehen habe, der hat mich nicht ganz so überzeugt, außer Sam Cleflin in seiner Rolle. Aber ja, sonst war der Film so okay. Ich mag das Buch sehr gerne. Ich kann da auch immer wieder weinen und nachdenken und war jetzt einfach gespannt, was es mit diesem neuen Buch auf sich hat. Das Cover ist ja relativ unspektakulär und finde ich dadurch durch die Schlichtheit doch recht schön und auch ansprechend. Ja, wir haben hier Sam, die sich manchmal wünscht, in das Leben einer anderen zu schlüpfen, wenn ihr der Alltag über den Kopf wächst. Und als sie dann in ihrem Sportstudio ist und versehentlich eine falsche Tasche mitnimmt, kann sie einfach nicht widerstehen und schaut hinein. Denn der Inhalt ist so ganz anders als ihre schlichten, vernünftigen Klamotten. Sie findet eine wunderschöne Chanel-Jacke, ein paar klammeröse High Heels und als sie dann eben auch noch die Kleidungsstücke anzieht, fühlt sie sich direkt wie eine andere Frau. Sorglos, unbeschwert und frei. Doch das Gefühl hält nicht sehr lange an. Denn Nisha ist diese Frau. Von außen scheint ihr Leben perfekt. Ein gut aussehender, reicher Ehemann, ein Kleiderschrank voller Designerstücke. Doch Nisha war nicht immer die Frau, die sie heute ist. Und sie hat furchtbare Angst, alles wieder zu verlieren. Die Begegnung mit Sam hätte zu keinem schlechteren Zeitpunkt passieren können. Und das Buch klingt super interessant. Es ist ja auch von der Freundschaft die Rede und auch von Liebe und was das alles auslösen kann, wenn man eben mal die Perspektive wechselt. Das fand ich super interessant, super spannend. Und die liebe Anka hat auch bereits das Buch schon, ich glaube auch gehört und hat auch schon sehr davon geschwärmt. Und ja, so freue ich mich natürlich doppelt auf die Geschichte. Dann habe ich einen Thalia-Gutschein eingelöst und habe mir zwei Bücher besorgt. Zum einen die verborgene Geschichte von Tom Lynn von Diane Winnie-Jones-Jones-Jones-Jones. Ja, das ist mir aufgefallen wegen des wunderschönen Covers. Man kennt die Autorin von Das wandelnde Schloss. Zumindest ist das ihr wohl erfolgreichstes Buch, was auch verfilmt wurde. Ich persönlich kenne nur die Verfilmung, nicht das Buch. Und mir war lange auch gar nicht klar, dass dieser Film auf einem Buch basiert. Und konnte hier aber nicht vorbeigehen. Ich fand das Cover toll. Ich fand den Klappentext spannend. Und ja, in der Hoffnung, dass es ein Highlight wird und man sozusagen dann auch von diesem Gutschein ein Highlight im Regal hat, würde ich mich erfreuen. Es heißt hier schön, eines der besten Bücher seit langem, eine Reminiscenz an Tolkien und T.S. Eliot. Das sagt zumindest The Bulletin of the Tolkien Society. Und spätestens dann hatte mich das Buch. Es ist ein außergewöhnlicher Roman über die Magie von Geschichten und die Macht der Fantasie. Umgeben wir uns ja hier alle super gerne damit. Eines Tages erkennt Polly Whittaker, dass sie zwei Erinnerungen hat. In einer ist ihr Leben trostlos, langweilig und öde. Doch in der anderen gibt es da jemanden, den charmanten, etwas schusseligen Musiker Tommeln. Sie schreiben sich Briefe, tauschen Bücher aus und erfinden Geschichten und Abenteuer über mutige Heldinnen und wilde Bestien. In Tagträume, die sich langsam einen Weg in die Realität bahnen. Wie nur konnte sie ihn vergessen. Mithilfe eines gestohlenen Gemäldes erkennt Polly, dass Toms Leben in Gefahr ist. Nur wenn sie ihre gemeinsamen Geschichten durchschaut, kann sie ihn retten. Kann sie ihn retten. Klingt das nicht traumhaft? Das klingt doch richtig, richtig, richtig toll. Diese Vorstellung, dass man feststellt, dass irgendwie was mit seinen Erinnerungen nicht stimmt, dass man hier irgendwie verschiedene Leben hat, dass es irgendeinen Grund geben muss, warum diese Erinnerungen irgendwann gespalten sind und dann eben auch zu sagen, ich muss hier jetzt jemanden retten. Hat mich direkt angesprochen, musste mit und ich finde hier auch das Cover richtig, richtig, richtig schön. Also auch wie es hier so ein bisschen, ja, gefällt mir und freue ich mich im März drauf, es dann auch zu lesen. Und dann ein englisches Kinderbüchlein, was ich glaube ich bei Ruth von Zwischentausend Zeilen entdeckt habe. Und zwar The Tea Dragon Society von Katie O'Neill mit diesem wunderschönen Cover. Und ja, das hatte ich mir in Italien vorbestellt, weil die sowas in der Regel nicht so vor Ort haben bei uns. Also gibt schon englische Bücher, aber nicht so etwas ganz Spezielles. Und das habe ich eben, bevor ich dann in die Buchhandlung bin, auch bestellt. Und ich kann gar nicht mehr so viel dazu sagen. Ich habe, also es ist auch englischsprachig und es hat wunderschöne Zeichnungen. Und ich weiß, dass Ruth davon geschwärmt hat, dass sie davon erzählt hat, dass man hier eben ganz unterschiedliche Wesen hat und eben auch Drachen hat. Und ja, ich bin so, so gespannt. Hier gab es wohl schon, ah, sie hat schon mal einen Award, einen Preis gewonnen. Princess, Princess Ever After. Und das ist jetzt sozusagen, ja, eine weitere Geschichte von ihr. Und ja, wir haben hier Greta, die gerade alles so ein bisschen über die Teedrachen lernt und erfährt. Dann gibt es auch noch Hesekiel and Eric. Und ja, ich bin gespannt. Ich kann gar nicht sagen, ja, mich hat das so angesprochen. Wenn ich daran denke, packe ich ihr Video unten in die Infobox. Und ja, ich fand auch das Cover. Ich finde die Bilder toll und ich freue mich einfach drauf. Ja, und englisches Kinderbuch, finde ich, geht immer. Und ja, hat jetzt irgendwie, ich glaube, 10 Dollar gekostet. Ich weiß gar nicht mehr, was es in Euro gekostet hat. Hat auf jeden Fall gut mit dem Gutschein übereingestimmt. Das andere Buch war bei 15. Ja, könnte also auch irgendwas um die 10 Euro gekostet haben. Freue ich mich auf jeden Fall sehr. Ein Hörbuch, was ich diesen Monat auch schon gehört habe, ist Ihr glücklichen Augen, kurzen Geschichten zu weiten Reisen von Helge Heidenreich. Helge Heidenreich ist mir drei, vier Mal jetzt innerhalb der letzten zwei, drei Monate über den Weg gelaufen, zumindest digital. Und dann hat sie auch immer irgendwie gerade über ihr neues Buch gesprochen. Und dann habe ich mir das neue Hörbuch geholt, weil ich es natürlich toll finde, wenn sie als Autorin auch selbst spricht. Ich kenne sie auch als Sprecherin von anderen Hörbüchern, auch von anderen Büchern. Ich kenne noch sie von ihrer Buchsendung, wo sie auch über Literatur gesprochen hat, hatte jetzt aber keinen so großen, engen Draht irgendwie zu ihr. Und ja, diese Geschichte habe ich jetzt auch schon gehört im Februar und werde da im Büchermonat auf jeden Fall ein bisschen ausführlicher erzählen. Helge Heidenreich hat hier aus Erinnerungen und Tagebüchern herausgeschrieben, was sie in den einzelnen Ländern so wahrgenommen hat, gefühlt hat, welche Begegnungen sie hatte. Und es beruht aber alles eher schon auf Erinnerungen und eben auch ihre vielen Tagebucheinträge. Dazu erzählt sie eben auch ein bisschen was. Es gab so ein paar Fotos, so sagt sie es zumindest auch in ihrem Buch. Sie selbst ist kein großer Fan vom Fotografieren, weil sie sagt, am Ende ist eigentlich alles auf dieser Welt schon mehrfach fotografiert worden. Und wie oft man sich wirklich einfach nur irgendein Bild anschaut. Viel wichtiger ist es für sie ja, Personen oder Eindrücke irgendwie wahrzunehmen und zu fotografieren. Und diese Bilder werden aber dann eben einfach zu privat, um sie sozusagen mit der Welt zu teilen. Also es gibt wohl eine Handvoll Bilder, die aber oft auch von einem Fotografen gemacht wurde, weil sie ja oft auch auf Reisen war, wenn sie einen Auftrag hatte für eine Reportage oder ähnlichem. Und davon erzählt sie so ein bisschen. Und das eben im Hörbuch auch mit ihrer eigenen Stimme. Ja, ich war super neugierig, wo sie unterwegs war, wie sie was wahrgenommen hat. Und ja, werde im Büchermonat auf jeden Fall mehr davon erzählen. Sehr gefreut habe ich mich bei der Ankündigung des neuen Buches von Lauren Laney, Manhattan Love Story. Es hat wohl nichts irgendwie mit irgendeinem Film zu tun, der ähnlich heißt. Lauren Laney hat Becky und mich, ich glaube vor zwei Jahren, mit ihrer Passion on Park Avenue-Reihe begeistert, wo es ja darum ging, dass wir einen Mann haben, der verstirbt. Drei Frauen treffen sich auf der Beerdigung. Das eine ist die Ehefrau, das andere die langjährige Geliebte und das andere die kurzfristige Affäre. Und wir dann so diese Geschichte dieser drei Frauen erfahren. Und uns hat die Reihe damals sehr, sehr, sehr gut gefallen. Und so waren wir natürlich neugierig, was Lauren Laney als nächstes so ein bisschen uns zu erzählen hat. Ich muss sagen, ich mag das Cover auch hier ganz gerne. Ich fand die Cover der anderen Reihe auch sehr schön. Die waren ja ein bisschen schlichter. Hier haben wir natürlich ein bisschen dieses gemalte Comic-Art-mäßige. Finde ich aber ganz ansprechend. Wirkt halt sehr leicht, locker und auch Richtung Sommer. Ich weiß gar nicht, ob das irgendwie ein Auftakt einer Reihe ist, aber das ist auch egal. Wird auf jeden Fall jetzt im März gelesen. Das haben Becky und ich uns wieder gemeinsam auf die Liste gesetzt. War jetzt mit, ich glaube auch 5 Euro als E-Book relativ günstig. Und wurde mir aber vom Verlag auch zur Verfügung gestellt, worüber ich natürlich super happy bin. Wir treffen auf Gracie Cooper, die hoffnungslos romantisch ist. Und als ihr Vater ihr den kleinen Champagnerladen der Familie in Manhattan vermacht, setzt sie alles dran, seinen Traum am Leben zu halten. Auch wann das von der Nachbarschaft geliebte Geschäft vor dem Ruin steht und ein riesiger Konzern Gracie zum Verkauf drängen möchte. Entschlossen wehrt sie aber diese Angebote des unsagbar attraktiven CEO Sebastian Andrews ab. Kraft und Trost in dieser schweren Zeit schenken ihr die Unterhaltungen mit Sir, einem charmanten Unbekannten, den sie auf einer Online-Plattform kennengelernt hat. Und der scheinbar ihr Seelenverwandter ist. Und sie kann aber nicht ahnen, dass sie Sir bereits begegnet ist und dass sie ihn nicht ausstehen kann. Man erahnt natürlich schon im Klappentext, wo das hingehen wird, wer Sir sein könnte, was es da so auf sich hat. Aber ich habe da auch mal richtig Lust zu. Ich lese sowas sehr, sehr, sehr selten. Erinnert natürlich ein bisschen an diese ganzen Rom-Coms aus den Nullerjahren. Also egal, ob E-Mail für dich oder ähnlichem. Und ich hoffe, dass es Lauren Laney schafft, das gut rüberzubringen, gut zu schreiben. Nicht so sehr dieses Hassthema in den Vordergrund stellt, sondern schon auch beide irgendwie so ein bisschen menschlich und gefühlvoll bleiben und sich diesen Hass nicht so an den Kopf werfen. Weil das finde ich immer ganz schwierig, das im Nachgang dann irgendwie gut rüberzubringen, wie man dann eben aus diesem Hass dann doch irgendwie Gefühle bekommt. Ich bin sehr gespannt. Ich freue mich da auf jeden Fall drauf. Und da wir schon Anfang März starten, ja jetzt in zwei, drei Tagen, also was ist heute, Sonntag? Also am Dienstag, ja freue ich mich da auf jeden Fall schon drauf. Nee, am Donnerstag, am Mittwoch ist der Erste. Am Mittwoch ist der Erste. Und ich bin total verpeilt. Ja, am Mittwoch ist der Erste und da starten wir auch. Und da freue ich mich auch richtig, richtig sehr drauf. Auch das nächste ist ein Rezensionsexemplar wieder als Hörbuch. Und zwar Der schlauste Mann der Welt von Andreas Eschbach. Er wird gesprochen von Matthias Köberlin. Das ist ja ein deutscher Schauspieler, der auch schon andere Hörbücher von Andreas Eschbach gesprochen hat. Und er war damals in der Verfilmung von das Jesus-Video, ich glaube, der Hauptcharakter. Also ich glaube, im Buch hieß er ja Steffen, Stefan. Und im Film hieß er Steven. Ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher, irgendwie haben sie da ja die Namen geändert. Und ja, ich fand es ganz toll, dass es hier das Hörbuch gibt. Und ich höre ja Hörbücher auch super gerne. Ist auch mit fünfeinhalb Stunden kein sehr langes Hörbuch. Also durchaus auch mal ganz gut so in einer engen Woche einzutakten. Zum Cover. Ich bin heute so ein bisschen beim Cover. Also ich muss sagen, das finde ich irgendwie super interessant. Ich weiß noch nie so richtig, was ich mir darunter vorstellen kann. Aber das Cover finde ich echt so diesen Mann, der da, also ja, bin ich mega, mega neugierig. Ich hatte das Buch gar nicht so auf dem Schirm. Ich bin dann aber so zwei, dreimal über den neuen Eschbach gestolpert. Und dachte, hä, es kommt ein neues Buch von Eschbach. Ich hatte das gar nicht auf dem Schirm. Und habe mich dann umso mehr gefreut, ja, als es zur Verfügung stand und man es anfragen konnte. Wir treffen hier Jens Leunig. Der besitzt nur so viel wie in zwei Kofferpassen. Und außerdem genug Millionen auf dem Konto, um sein ganzes Leben in den Luxushotels der Welt zu verbringen. Abgesehen davon tut er nichts. Und das klingt nach einem Konstrukt, wie es eigentlich nur, ja, eigentlich tatsächlich nur Eschbach schreiben kann. Also ich mag die Geschichten, diese Science-Fiction-Stories von Eschbach immer sehr, sehr, sehr gerne. Gibt nur wenige Geschichten, die mich so ein bisschen, ja, nicht so abgeholt haben. Aber ich mag es, dass wir so Zukunftsvisionen haben, die sich gar nicht weit weg anfühlen, die gar nicht so weit weg erscheinen. Und was er da für ein Konstrukt herum macht. Und ich freue mich da drauf. Bin gespannt, welche Erkenntnisse es gibt. Wie jemand auf die Idee kommt, einfach nichts zu tun. Warum das so schwer sein soll. Ja, da bin ich super, super neugierig. Und freue mich demnächst aufs Hören. Dann bin ich in die Thalia gegangen. In der Mittagspause an einem Bürotag. Und ich hatte noch einen Thalia-Gutschein. Ja, ich kann auch nichts dafür. Die Leute wissen, wo ich lese, sehr gerne. Und da bin ich zufällig über dieses Buch gestolpert. Das Glück hat acht Arme von Shelby van Pelt. Und ich bin da so rumgelaufen. Ich hatte noch zwei, drei andere Bücher in der Hand. Habe dann den Klappentext gelesen. Habe dann reingelesen. So die ersten, ja, keine Ahnung, fünf, sechs Seiten. Und irgendwie hat es mich gepackt. Ich kann nicht so genau sagen, außer dass das Cover natürlich mega cool ist, wenn wir heute schon so einen Cover-Tag haben. Und ich dachte, ich muss es mitnehmen. Ich fand es mit 22 Euro schon ein bisschen heftig. Klar, ist ein Hardcover, aber den Oktopus Marcellus, so nennen ihn aber nur wenige. Denn er ist ein pazifischer Riesenkrake. So steht es zumindest auf seinem Schild neben seinem Becken. Und er weiß wohl, welcher Einwand jetzt irgendwie käme. Denn ja, er kann lesen. Und er kann vieles, womit andere gar nicht rechnen würden. Er erzählt uns, dass er ein neugieriger, frecher Riesen-Oktopus ist. Er ist sehr klug. Und er findet Menschen eher uninteressant. Bis auf Tova, die alte Dame, die ihn begrüßt, wenn sie vor seinem Aquarium putzt. Und wenn sie von ihrem Sohn erzählt, der vor Jahrzehnten auf einem Boot verschwand. Und schlau wie er ist, erkennt Marcellus ein Geheimnis von dem Tova nichts ahnt. Nun hat er alle acht Arme voll zu tun, um die Wahrheit für Tova ans Licht zu bringen, bevor es zu spät ist. Und es soll Marcellus wohl ein sehr faszinierendes Geschöpf sein, dass hier unserem Cynthia D'Aprix Sweeney, das ist die Autorin von Das Netz, je begegnet ist. Und ich fand, das klang so charmant. Und es soll ein glänzender Roman sein, der einmalig gut ist. Und es soll ein heiterer Roman über die unwahrscheinliche Freundschaft zu einem Oktopus, der aus zwei einsamen eine Familie macht sein. Und ich fand das irgendwie ansprechend. Klingt das nicht toll? Also ich finde das richtig, richtig schön. Ich mag Oktopuse ganz gerne. Natürlich bin ich eher, wenn ich in der Unterwasserwelt bin, ein Fan schon von Haien oder auch Delfinen. Oder ich bin auch ein Fan von Walen, obwohl ich die ein bisschen unspektakulär finde. Außer vielleicht Orcas. Also wobei unspektakulär, wenn ich da einem mehr begegne, dann ist das nicht so unspektakulär. Aber ich habe ja in meinem Malediven Urlaub auch Oktopuse gesehen. Und fand das richtig lustig, dass mir jetzt eben auch dieses Buch über den Weg lief. Und ja, so durfte das dann am Ende auch mit. Und das letzte Buch ist dann auch 25 Wegen um die Welt von Christina Türmer. Christine Türmer ist ihres Zeichens eine Frau, ich glaube die meistgewanderte Frau Europas, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Und ich habe schon zwei Bücher von ihr gelesen. Einmal ging es auch um dieses Wandern innerhalb von Deutschland, Europa. Dann ging es auch irgendwann mal da. Hat sie dann auch, ich glaube, noch andere Fortbewegungsmittel genutzt. Ich weiß gar nicht, ob sie mit dem Rad unterwegs war. Auf jeden Fall irgendwie ist sie mit einem Kanu dann noch auf den Flüssen gefahren. Und ich kenne Christina Türmer, also ich kenne sie vom Weltwach-Podcast von Erik Lorenz. Da war sie, glaube ich, auch zwei oder dreimal zu Besuch. Und ich habe ihr super gerne zugehört. Ich habe mir das sehr gut vorstellen können, wie sie unterwegs ist, wie sie einfach alles zu Hause irgendwie aufgibt, in eine Einzimmerwohnung alles packt. Und sich dann auf den Weg macht, wo sie wandert, warum sie dort wandert, was sie da erlebt und betrifft. Und hier zeigt sie uns nun 25 Wege eben auf ihrem Weg auch in der Welt. Das fand ich tatsächlich auch super interessant. Und bin da auch super neugierig, was uns hier so ein bisschen erwartet. Sogar lese ich gerade im Klappentext die meistgewanderte Frau der Welt, nicht nur Europas. Wir wollen es ja nicht kleiner machen, als es ist. Und sie ist eben eine Frau vom Pilgerweg bis zur Abenteuerroute. Und erzählt uns hier von 60.000 Kilometern zu Fuß und erzählt uns hier von den besten Wegen. 25 Trails, ihre Outdoor-Laufbahn, Wälder, Wüsten, Moore und manchmal auch Museen. Dabei trifft sie auf Nonnen, Cowboys oder auch Steinzeitmenschen, mit denen sie plaudert, über den Schafumtrieb, Militärübungen oder gar Vulkanausbrüchen. Und ich bin einfach super neugierig. Genau, ich hatte Laufen, Essen, Schlafen und Wandern, Radeln, Paddeln von ihr gelesen, diese beiden Bücher. Und es gibt wohl auch noch Weite Wege wandern. Das ist mir noch gar nicht über den Weg gelaufen. Und ich bin natürlich mega gespannt, von welchen Wegen sie uns erzählt, wie informativ sie das auch alles verpackt. Und ich mochte ihre Stile ja schon in den beiden anderen Büchern und habe das super gerne gelesen. Werde mir jetzt das andere Buch auch nochmal direkt notieren, weil das ist mir irgendwie untergegangen. Passiert halt manchmal. Und ja, ich hoffe da vielleicht auf die ein oder andere Inspiration. Vielleicht tatsächlich so erstmal in Deutschland, vielleicht auch europamäßig, was man da ein bisschen wandern könnte. Und das waren sie jetzt die 17 Neuzugänge. Es ist aber noch ein Buch außerhalb des Subs bei mir eingezogen, nämlich die Taschenbuchausgabe von Lost Love von Jackie Fellgut. Die hat mich jetzt auch noch im Februar erreicht. Ich habe sie schon im Januar gelesen. Da könnt ihr gerne mal in den Büchermonat Januar schauen. Habe ich schon drüber gesprochen. War für mich ein absolutes Highlight, wie wir hier so ein bisschen im Cowboy-Feeling unterwegs sind. Auch hier, ich muss es sagen, ich liebe dieses Cover. Richtig, richtig toll. Ich mag diese Sonnenuntergangstöne einfach großartig. Ich habe auch eine kleine Signierung drin und auch zwei, drei Postkarten waren mit drin gelegen. Und ich finde es einfach richtig, richtig schön. Ja, es ist das Geheimnis von Dorton's Creek. Und wir treffen ja hier auf Annie, die so ein bisschen ihre Probleme mit so Nachbarn hat in ihrem Örtchen. Und dann irgendwann steht ein nackter Mann mit einem Gewehr vor ihr. War es ein Gewehr? Ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher. Nein, war es ein Gewehr? Nein. Doch, auf jeden Fall steht er vor ihr auf ihrer Veranda und bringt dann auch alles durcheinander, denn er hat Gedächtnisverlust und sie versuchen, das so ein bisschen zu lösen. Eine tolle Geschichte, die mich wahnsinnig gut erhalten hat, die neben so dieser klassischen Liebesgeschichte auch so ein bisschen einen Hauch-Krimi-Anteil hat und so ein Wohlfeeling, wo wir eben einfach mit Annie auch ein bisschen unterwegs sind. Und ja, ich mochte es super, super gerne. War wirklich ein kleines Highlight für mich. Und ja, ich hätte noch ein bisschen mehr Liebesgeschichte gewollt. Aber Highlight ist Highlight, egal ob groß oder klein. Und optisch ist es mehr als das. Und ja, das möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten, weil dieses Büchlein auch noch in echt bei mir eingezogen sind. Und das waren sie jetzt aber wirklich, die Neuzugänge aus dem Februar. Der Büchermonat wird natürlich dann auch noch folgen, wo ich über die Bücher, die ich vielleicht schon gelesen habe, dann auch spreche. Wobei ich glaube, so viele waren das jetzt tatsächlich im Februar, gar nicht, die eingezogen und gelesen wurden. Aber ja, so ist das manchmal. Ja, man kennt es. Also ich finde ja auch immer, ich finde es ganz gut, dass man da jetzt einen Unterschied macht zwischen Bücher kaufen und Bücher lesen, so als Hobby. Ich glaube, das hilft uns Bücherverrückten auch ganz gut weiter. Vielleicht habt ihr ja eins der Bücher, das ich euch jetzt vorgestellt habe, auch schon euch zugelegt oder sogar schon gelesen. Dann lasst uns da gerne in den Kommentaren drüber sprechen. Alle Bücher unten in der Infobox. Schaut da gerne mal vorbei. Und ich freue mich auf meine Bücher. Ich freue mich auf eure Kommentare. Wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und ein schönes Wochenende. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.